Alter, hängt ja alle an, mein... oh Gott. So, ich hände alle am Arscherömen. Herzlich willkommen zu einem Brandenauern-Livestream! Wie angekündigt, zwischen zwei, heute mit einem Kameraden mehr. Ja, wir haben ihn aus der dunklen Höhle befreien können. Kevin ist am Start. Wo ist er denn eigentlich? Da vorne ist er. Ja, Kevin ist am Start. Ich bin in der dunklen Höhle. Also mein Chef hat mir gesagt, ich soll für Max anspringen, da auch nicht so gut ist. Oder für dich, Jerome. Gut. Genau, Kevin ist wieder am Start. Und wir fangen jetzt direkt, würde ich sagen, an. Ich habe jetzt schon mal was markiert, wo wir jetzt erst hingehen. Wir müssen so eine Nebenmissionen erstmal noch machen. Und dann... Oh, da ist noch ein Haupteinsatz. Und dann gehen wir gleich weiter dahinter. Nehmen einen Nebeneinsatz noch an. Oh Gott, ihr rennt schon los. Alles klar, auf geht's! Was? Ne, ich wollte nicht schreien. Ich habe gerade mein Mikro, wo es fast schon... Ne, ich musste mein Mikro erstmal richtig richten. Ich habe gerade auch so sehen, mein Mikro fast gegessen. Wo rennt denn da Kevin hin? Fahre ich Richtung, Kevin. Wir müssen hier lang. Na, wieso? Da ist doch die Markierung. Ne, die geht hier lang. Es kann sein, dass sich die Route so spät hier. Ja, doch, die Markierung ist woanders eigentlich, oder? Ne, ich habe aber das, was wir brauchen, habe ich markiert. Ja, sonst geht die Markierung in die andere Richtung. Achso, ne, dann ist das noch was anderes. Ich habe das, was ich, was wir jetzt machen, ist das, was, äh, ja, genau. Oh, gut. Ich habe eine Idee, wir schießen schon rum, einfach in den Rücken. Ähm. Ja, machen wir unsere eigene Stimme, machen 50-50. Äh, du Scheiße, äh. Links, ganz, ganz, äh, ja, begrenzt viel Gegner. Wo? Alter. Was macht denn der Frank? Was macht denn der Frank? Oh. Warum denn? Frank, ich wollte erst mal, ach man. Oh, Scheiße. Eindie da, ne? Ich weiß ja nicht, warum denn, Frank? Kommt hier rein und war halt dein. Du dummes Scheiße. Ach. Oh, oh. So, Frank, dein Little Action-Serie, was ist denn mit dir? Na, auf jeden Fall, ne? Hier ist, was ist denn das? Achso, das ist ein Lieber. Nicht töten. Nicht töten. Der Film ist am Anfang, Hexen. Niederloh, Frank! Okay, Frank ist tot. Ja, Alter, ich verstehe das nicht. Das verstehe ich, das verstehe ich jetzt nicht. Frank läuft da einfach rein, wobei der Gegner sind. Also wenn, ach. Geht mir auch in Deckung. Ah, nee. Ich muss nicht, ich hab grad selber keine, ich hab grad selber zu tun. Wir müssen eigentlich mal Frank retten, aber Frank rennt ja einfach da rein. Du kannst ja mal Richtung uns kriechen. Da oben wäre Frank zuvor vorbei, das ist hart. Nein, das geht aber gar nicht. Das ist schon wieder, ach du, Granate, Granate auf euch. Okay, der hat die Fallen lassen, alles gut. Danke. Lebt ihr wieder? Bitte. Der ist tot? Der lebt wieder. Der Kamerad lebt viel. Gut, Kamerad lebt wieder. Alter, Leute. Warte mal, was müssen wir denn hier machen? Die Geisen beschützen. Au, Alter, bist du mich... Wer brennt ihr denn hin? Verstehen, du Zahre? Okay, das war eigentlich nicht am Plan, was hier gerade passiert. Da kommt noch mehr. Oh, die ging auf mich drauf, die Granate. Okay, nice. Müssen jetzt eigentlich alle wieder langes Leben bekommen. Nein, wir sind noch nie weitergefahren, die hier hinten. Habe ich? Da hinten sind noch mehr, oder? Da sind noch mehr, da sind noch mehr. Hier, bei mir? Links. Links, weiter links auch noch. Also, oh ja, okay, der ist einfach hoch geflogen. Wir hatten da eine Granate bitte gewonnen. Wir müssen jetzt zur Mission. Oh Gott. Okay, alles klar. Hätten wir das auch gemacht. Gut, wir haben die Geisen befreit. Ja. Das sollten wir nicht öfters tun, weil wir werden noch, ich denke, noch zur Mission kommen, wo wir nicht sterben sollten. Zumindest nicht unbedingt. Hey, wir werden jetzt auf mich... Hört auf mit Schießen. Ja, den, den du die ganze Zeit verurteilst. Ja, und bis jetzt ist noch niemand mehr gestorben. Oh Leute, wir werden jetzt schon wieder angefangen mit Schießen. Schießen hier. Gegner. Aber die haben angefangen mit Schießen. Center Außenposten. Geht auch spielen, oder? Stufenaufstieg. Wir müssen diesen Behälter holen, Leute. Oh Gott. Wollen wir Zweier-Teams machen? Das wäre ganz geil, wenn wir auch Zweier-Teams machen. Kevin, fragen. Ich mag es. Aber wir bleiben trotzdem zusammen, ne? Aber falls zur Fälle mehrere Gegner kommen... Max, du... Wollen wir fragen? Wollen wir fragen? Ach, der Schuppen geht jetzt. Äh, wohin Mitte? Wir wissen einfach der andere, oder? Habt ihr eigentlich auch die Markierung? Wir müssen den Außenposten sichern. Okay, lass mal gucken, wie wir vorgehen wollen. Lass mal gucken, wie wir vorgehen wollen. Ja, doch jetzt müssen wir die... Äh... Also, wir zählen einen Niederrung. Ein? Ja, da oben, ne? Wie kann man jetzt vorgehen am besten? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Da sind ganz viele, ne? Und viele andere. Lass mal versuchen. Kann man hier andersrum gehen? Nee, ne? Warte. Warte. Warte, ich guck... Wo die Gegner sind. Also, nicht gleich, bitte. Wo seid ihr? Okay, ihr seid da. Die Gegner sind dort alle. Ja, und oben einer, ne? Der Lilan ist oben. Also, der stärkste von allen ist oben. Okay, mal gucken, wie wir die jetzt ausschalten könnten am besten. Warte mal. Okay, Frank, ich bin mal bei dir. Ich wäre schon bereit zu schießen. Ja, ich rück bloß noch mal kurz ein Stück nach vorne. Ich kann meinen, 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 meinen Transformer da hochschicken. Ja, versuch mal, dein Glück. Zu den Typen oben? Ja, das könntest du machen, weil die unten können wir sie machen. Aber mach das mal. Oh. Oh, ähm. Feuer, Wiedern, Feuer, Wiedern! Oh, mein Leben ist kritisch. Die sind erinnernd. Oh, die sind doch stärker, wie ich dachte. Ach, oh, mein Gott, ich bin tot. Ah, ich auch. Oh, Leute. Okay. Wie, Frank auch, oder was? Wie, Frank auch, oder was? Warum kriegst du mehr, oder wer das ist? Ja, das kann ich leider nicht. Ich bin safe, aber so halb. Massenmission, die uns halt umlegt. Frank, gib mir Deckung. Naja, das war ein bisschen Kacke eigentlich. Ja, die haben ja auch Stufen, aber die haben alle die Stufe, die wir haben, Kevin. Ja, ich bin ja nicht auf der Stufe. Halt noch ein bisschen durch. Max ist auch tot. Wir geben, nein, Feuer, Decke. Ah, nein, genau dann. Okay, Frank, versuch bei einem Kevin aufzuelfen. Ich wollte euch... Komplett tot? Oh, nee, das ist nicht euer Ernst. Boah, was hat der Ernst gehabt, Alter? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Nee, das soll das nicht unser Ernst sein, wenn wir auf den Showroom, die sind stark. Das hat nur Riesen gemacht. Wir müssen mal rausgucken und wir sind fritiert. Die Typen, die wir gestern hatten, waren stärker. Das war mal abgesehen, ey. Ich meine, das war sau schlecht gemacht, einfach. Boah, ey. Ich muss das mal nachladen, so. Ganz ruhig bleiben. Ich könnte das Ding anistertreffen bei den Pinken, aber... Ich lass mich kurz zu dir Dings hier vorgehen. Kann einer... Kann einer hinter diesen Ding hier gehen? Ach, ich kann nicht markieren. Wie kann man hier markieren? Da hin? Nee, kann keiner markieren. Wo die Statue ist. Da, genau. Wurden wir sehen. Oh, einer. Ja, okay, alles gut. Ja. Okay, bleibt in Deckung, bitte. Oh, Alter, ich bin fast tot. Oh, ich bin... Was haben die für... Okay, ihr habt recht. Alles gut. Ich bin tot. Die haben mich One-Shot gemacht. Der eine zumindest. Wir dürfen nicht zu... Ich bin der Kamerad. Ja, ich halt durch. Danke dir, euer Kamerad. Okay, bitte aufpassen. Ach, nein, keiner. Klettert hoch. Oh, scheiße, Alter. Also, die Gegner sind schwerer als gestern. Das habe ich jetzt nicht... Na gut, okay. Bisschen ist ein bisschen unter... Na gut, die haben ein bisschen eine stärkere Rüstung. Jo, die haben stärkere Rüstung, Leute. So geschafft. Was, die Mission hier? Ja, na klar. Aber ich glaube, dass sind wir aber auch mal gestorben. Doch, ich kann mich dran erinnern. Ich glaube, wir sind ja auch damals mal gestorben. Der eine kommt runter. Ja, wir müssen halt... Das meine ich halt mit Taktik agieren. Aber da kannst du auch nicht alles taktisch machen. Das gibt's nicht. Wir sind relativ... Was willst du denn? Wie ich taktisch agieren? Na gut, man kann's schon... Also, ich meine nicht mit drauflaufen. So meinte ich Taktik agieren, ne? Also, einfach so draufrennen wie ein Blöder, ne? Das meinte ich mit Taktik agieren. Ich danke dir, Max. Wir können immer noch mal heilen. Ah, so. Danke. Hab ich? Danke. Ja, ich darf nicht. Gegner? Komm, zeig dich noch mal. Achtung, der schmeißt die Kranat, der eine. Ja, die haben echt... Ja, die haben echt... Ja, ich bin down. Ich bin down. Ja, ich bin down. Ich versuche, am Leben zu bleiben. Einen hab ich? Ja. Ich bin tot. Das ist doch nicht wahr! Die hat... Der hat dich mit einer Kranate gekillt. Okay, ganz ruhig bleiben, Leute. Ganz ruhig bleiben, Leute. Ein Agent braucht Unterstützung. Außer Gefecht. Einer ist komplett raus. Kevin, du bist der Einzige. Wollte Frank helfen, dann hat der Typ ein bisschen raken wir verpasst. Also, Kevin, ich lebe noch, aber ich bin bewusstlos, ne? Nur mal so. Also, wir sind einfach... Ja, ich mein nur. Lebt Max noch? Also, kann man den auch wiederholen? Also, Kevin, wenn wir das schaffen, alles gut. Dann würden beide wiederkommen. Aber da ist einer wieder da, ne? Wer ist denn da von den beiden? Frank? Frank holt Max drüber. Okay. Ey, das ist gar nichts einfach. Ein Roboter, der geht die gerade. Ein Roboter, der beschäftigt die gerade ein bisschen. Boah, das war jetzt. Ich hab ne... Danke. Ah. Der hat... Der scheiß Lila, der hat ne Raketenwerfer, RBG, Alter. Ja, schieß doch den alle. Ich hoffe, der beschäftigt den Kampf selbstständig. Zwei der RBG. Ah, der unten ist doch ein Lila, ne? Leider. Der oberen Lila ist fast da und der oberen Lila ist auch... Ich pushe nach vorn leicht, aber nur leicht. Oh. Hm. Na, ich... Alter, die hat denn der mich jetzt getroffen? Okay, warte mal. Nicht mir helfen am besten jetzt. Ich bin am besten jetzt. Ich versuche... Ich versuche... Der hat ein Hauswurzgewehr. Konsumier. Ja, ich... 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 Bleibt bitte in Deckung. Macht jetzt nichts, was euch töten kann. Ich danke dir. Das gibt's doch nicht. Okay, das ist gar nicht so einfach. Alter, ciao. Okay. Ups, Sala. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass wir die Mission schon mal geschafft haben. Ist da einer tot von euch? Ne. Was sind das denn für ein Herz? Der kommt, der kommt, der kommt Frank. Ich muss nur dann... Ich muss nur dann... Frank rinnt doch nie weg. Hallo, wo kann mir jetzt einer sagen? Niemand kann Abwurz? Äh... Linke Taste. Linke... Linke Taste. Linke Feiltaste. Taste. Linke Feiltaste. Einer ist noch da. Boah, die haben echt kranke Ausrüstung. Einer ist noch da. Hälft mir einer, ich bin down. Ich kann grad nicht... Oh, scheiße, wie soll ich das... Okay, ja, ja, doch. Drei Leute sind bei dir, das... Äh, zwei Leute meine ich, sorry. Das sollte eigentlich funktionieren, das ist ja auch gerne eine Hälfte von. Oben. Lillehanne, ein Lillehanne nach oben. Okay, die sind wirklich stark. Boah, Alter, der ist... Ich kümmere mich um den einen da unten, der jetzt hier noch umkriegt. Ich kümmere mich um den Lillehanne. Das ist mit der... Kann natürlich... Wie geht denn das? Ja, das ist relativ einfach, wenn du vor allem kaum ein Leben hattest. Aber allgemein... Alter, leg mich doch wasch. Oberer Lillehanne, fast auf. Ja, tot, down. Oberer Lillehanne, da. Hab ich grad gemacht. Ich geh mal wieder ein Stück nach vorn. Wie viel sind denn noch am Leben? Einer nur noch, glaub ich. Einer, einer. Ich geh ein bisschen vorn. Ich geh pushe. Ich pushe. Ist down. Ist weg. Ne, down. Wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt wieder voll HP kriegen. Okay, ich weiß halt nicht, ob das ein bisschen zu hoch... Okay, wir müssen nach oben. Wir müssen nach oben. Okay, ihr müsst euch jetzt wieder voll HP bekommen haben. Okay, ich weiß halt nicht, ob das ein bisschen zu hoch... Ich mein, ich bin Level 5. Wir müssen alle Level 5 sein. Okay, Kevin Flyer... Ah, Gegner, 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 Gegner! Ja, ja, Gegner, Gegner, Gegner! Lillehanne. Lillehanne. Okay, bleibt bitte in Deckung. Ihr habt hier überall diese Deckungen. Ist Frank eigentlich wieder am Leben? Nein? Okay. Ich dachte schon, dass... Das ist doof. Lillehanne. Beide Lillehanne. Das sind sogar drei Lillehanne. 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 Ich möchte nochmal betonen. Drei Lillehanne. Oh, MG von den Lillehannen. Das versuche ich auszuschalten mit meiner Drohne. Agent am Boden. Okay, das war's. Das war's. Scheiß Waffe, ich muss wieder exzellen. Bist du raus... Bist du komplett gut? Äh, Kevin. Wir müssen... Das Ding jetzt doof, aber... Ich... Boah, ich bin gleich Fratze. Boah, ich bin gleich Fratze. Ich bin glöd oder so. Ich bin glöd oder so. Ich bleib mal kurz in Deckung. Ey, da muss von uns überleben. Ah, Scheiße, die sind noch da hinten, ne? Ja, aber wir wollen ja nicht richtig wieder. Fuck, ich bin glöd. Fuck, ich bin glöd. Kevin, geh in Deckung. Dann halt dich drauf. Ja, äh... Ach, den Schausschützen. Den Schausschützen müssen wir zuerst irgendwie auskriegen. Der ist tot. Der Lillehanne? Ach, dahinten ist der. Oh, der Sniper guckt auf mich. Geht alle in Deckung bitte. Boah, was mach ich denn? Oh, der Lillehanne kommt auf mich zu. Ne ganz schlechte... Oh, ne. Ich bin down. Ich auch. Ich bin auch tot. Ihr müsst nicht. Ja, ey. Kriegt ihr den. Der ist noch am Leben. Der ist. Erhebt doch euch. Scheiße. Max und Frank hinter euch. Ich glaube, die Runde werden wir nicht gewinnen. Okay, dann müssen wir auch nochmal neu anfangen. Weil das werden wir nicht schaffen. Weil Frank müsste jetzt aufheben uns. Aber er ist komplett alleine. Und wenn die Typen alle auf einen zu gehen, dann wird er, glaube ich, nichts machen können. Es sind alle tot, glaube ich. Ja, es sind alle down. So, dann können wir uns eigentlich alle töten, oder? Lebt von uns? Lebt von uns nur einer? Naja. Ja, ne. Gut. Es sind alle down. Könnt aufgeben. Könnt aufgeben. Wie diese Sauen auch gefallen sind. Scheiße, Alter. Die sind... Okay, die sind echt stark. Aber ich glaube... Ich weiß nicht, ob wir damals auch so oft gestorben sind. Wieso? Wieso? Wieso wird das nicht... Ich habe mich da gereguliert, dass das für uns nicht ganz unmöglich ist. Ich muss mal kurz was gucken. Wartet mal kurz, bevor wir jetzt weitergehen. Oh, scheiße. Na, wir haben ein kleines Problem. Ich habe da nicht geguckt. Ich sage... Ich sage es euch einfach nicht. Ich weiß, warum wir das nicht schaffen. Also, es gibt einen guten Grund, warum wir das nicht schaffen. Stufe 17. Ja, Stufe 17. Na doch, die können wir machen, aber... Ja, aber das sind wir noch nicht. Egal, wir versuchen es trotzdem. Wenn wir es schaffen, wäre es cool. Lass es versuchen. Oh. Wir können es eh nicht mehr abbrechen. Wir müssen es tatsächlich auch machen. Das ist das Problem. Okay. Wollen wir eine andere Aufteilung haben? Zwei rechts, zwei links eigentlich. Das ist eigentlich optimal. Das war jetzt die Snipe... Der Sniper ist halt scheiße. Der Sniper ist doof. Ne? Frank, Max, pass da auf. Kennen wir, du auch. Wir müssen alle auf die Linern denn eigentlich gehen. Und der Rest... Nebenbei. Ehm... 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 Zweiter Lilane down. Ehm... 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 Stein Müller, der opposition wenn nicht mehr die anderen typen suchen. Alles gut. Ich... Drück ein bisschen nach vorne. Ich hab ja noch einmal Heilung, hab ich noch. Hat ihr mal eine Handgranaten? groundbreaking. Ich weiß, wer einfach nicht vaht? Ehm, ja noch mal, Linken Stick! Linken Stick einfach! Also, auf deinen Controller... deine nicht also... hast nach links einmal drücken und dann kannst du die nämlich mit r2 schießen ich habe keine munition mehr ich habe keine munition mehr leute also ich will ja nichts sagen ein lieder ich kann gerade nicht schießen ich bin ja alles gut immer schön mit der rohe alles gut kein stress leute der lilan hat nicht mehr viel leben die fresse da kommen wir nicht auf dich zu einer kommen ganz viel auf uns zu das war es also ich bin endgültig tot man kann mich noch retten aber ich bin tot also kevin bis auf dich alleine gestellt ich nicht drauf geguckt da was für leute die hat ja manchmal ja kommen wir sind gut wir schaffen das auch ohne ist das einfach ja da habe ich nicht drauf geachtet gucke ich jetzt in zukunft drauf aber ich wusste nicht dass das level hat hier das habe ich komplett vergessen die kommen auf einmal wieder ich gebe dahinter also eigentlich wäre es wichtig wenn wir die lilan als erstes weg machen das machen wir doch die grenzen nee das meine ich nur als oh leute das tut die voll blocken wenn ihr elektrische sachen da hinschmeißt da bleiben die stehen ich habe die falsche waffe ausgewählt die rüstung stört nur noch 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 bin down der in den ländern ist gleich tot tot das ist einfach tot das ist einfach tot was wichtig ist übrigens noch zwei länder 2 ich schicke einen meinen drohner auf 1 3 ohne da kommt noch ein länder sind drei jetzt wieder ja die haben halt also wir haben halt level 56 sowas weiß ja nicht kennen was hast du für ein level weil hättest du jetzt level 12 oder sowas gab dann kann ich mir gut vorstellen warum die dings sei aber dann dürfen die uns eigentlich nicht angezeigt werden weil wie gesagt ich gehe eigentlich davon aus dass wir die mission da machen können immer aber gut danke übrigens das wir brauchen noch mal was ich gebe dir ich was oh gott da kommt einer auf mich zu gibt du deckung es hilft die zwei ist gerade bisschen schwierig deckung zu geben ich kann gerade selber nichts machen alter wie alles gut frank nicht nicht wir kriegen das schon hoffentlich irgendwie hin kann man den wiederholen max ja wir sterben ja wird dein toast ist übrigens fertig ich bin tot danke bitte ja tschüss und bin da und ich auch übrigens seid ihr alle tot alles klar dann warte mal kurz ich bin mal kurz alter ciao ne ich kann das nicht mehr abbrechen da wir die leider angefangen haben müssen wir die leider zu ende führen man kann die nicht abbrechen hier drin man muss die leider durchführen man muss die leider durchführen also jetzt haben wir halt das problem wir müssen die durchführen aber ich kann mal kurz was gucken ich guck mal kurz was ja ok wir können die nicht abbrechen äh moment stufe sieben wäre hier ja das problem ist halt wir müssen ähm ja hier wäre stufe 5 und stufe 7 ist auch noch denke ich okay stufe 19 hier wäre stufe 17 such einfach was aus was ja ich gebe mir Mühe oh gott da müssen wir ein bisschen weit laufen leider ja das ist mit einer nachdem sie angerufen eine Chance haben äh lass mal kurz ich gehe gleich weiter so die Behälter hier da lebeneinsatz die haupteinsätze stufe 5 ein haupteinsatz mit stufe 5 ein haupteinsatz mit stufe 5 ein haupteinsatz mit stufe 7 dann mach auch stufe 7 ich hab was markiert ja dann müssen wir das mal machen wenn wir die stufe haben aber das problem ist halt das zeigt jetzt die ganze zeit an ich hab so das gefühl das wird nichts ja toll mir was ganz anderes angezeigt sie verlassen eins als die ja guck aber das kann man ja wohl weit machen mit dem was wir ja wer hat das jetzt was wichtiges könnten wir zurückgesetzt werden das sind ja nur die nebeneinsätze aber die sind halt auch wichtig die brauchen wir nämlich auch ich wusste halt nicht dass wir so ähm viel äh euch ist schon klar wir sind noch zu dritt warum immer äh ja ich hab's auch gerade erst getroffen weiß ich auch nicht nein wo bist du hin gehen sie dahin und helfen sie ihnen agent können wir sind jetzt warten ich hab's nicht gesagt dass wir jetzt läuft alter wir wissen wir nicht voll geil voll geil wir testen jetzt dass ich mitbekomme dass wir losgelaufen sind ne weil ich gerade noch Waffen getauscht hab ne du hast doch gehört das oder ne oh warte mal ich muss auch nochmal kurz Waffen tauschen das Problem ist halt ich versteh pass auf selbst wenn wir Level 17 werden würden wir das wahrscheinlich nicht schaffen oder weil die Waffen werden ja nicht stärker dann oder oder doch also die müssen wir ja irgendwann mal besiegen können in den spiel das kriegt mich so auf ja wir sind leider noch nicht so weit das Problem ist die Mission also wenn wir Level 15 wären hätten wir es trotzdem machen können weil 2-3 Level Unterschied macht das auch nicht viel aus aber wir sind ja über 10 Level Unterschied ach du scheiße Sniper wollen wir denen jetzt helfen du hast bei dem weißen Haus hast du dort einen Waffenhänder und da kannst du die machen nein ich wollte hier nicht rein also eigentlich hab ich den Kippen ja ihr seid schon guter einfach einer bei der Hansch wollen wir einfach die wollen wir denen jetzt helfen ich bin gleich ich bin tot ich bin tot äh wie war es sind die ich saß halt noch ne ich wollte denen eigentlich nicht helfen wollen wir denen helfen wollen wir denen helfen wenn die dich mit einem Fuss kraftiert haben ich weiß nicht naja ich konnte halt nicht wirklich reagieren ne da gibt es schon mal ein paar starke ne ein paar mal ein paar starke ne sofortige medizinische Hilfe ja ja Boah Max hat mich gerade nicht alles tun können Alter erinnert sie könnte weniger und schlaft hat sie gewissen wir hätten in die Ballen unsere Power Slyvern um und mir wird halt einfach keiner helfen ne das ist einfach total assy ne Entschuldigung ich lieg hier hinten und verrecke alter mir kommt einfach keiner zu Hilfe ne aber ganz ehrlich ich beende Clasherspiel das sagt doch was ihr seht das doch wenn ich tot bin das zeigt doch an ich wollte euch jetzt nicht stören 3 8000 nie oh wieso 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 machen wir das überhaupt ne das will ich halt nicht machen das ist nicht so krass ja das ist halt das MG ja das ist halt das MG das ist Claydown aaaaah ne ich bin down das MG ist an sich gleich weg hat nicht mehr viel Leben oh ne ach komm alter beim Frank wiederbeleben bin ich gestorben ach leck mich da am Arsch also wirklich kein Lebenszeichen bei Agent ach das regt mich grad ein bisschen auf ehrlich hey du komisch er kann du hilf mal ja das regt mich grad ein bisschen auf ich wollte da eigentlich gar nicht rein ich wollte bloß Munition auffüllen dann hätten wir weitergehen können ja und dann hat sich Frank ja in die Ecke schön gekämmt alter und dann kam Feuer und dann bin ich gestorben und dann ist Frank ja gestorben Daniel das ist nur noch ich brenne alter und dann hat sich das Feuer ledig gekrampt oh alter das ist das MG was uns ausgescheiden hat die ganze Zeit kann das sein ja das ist auch stark ja 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 das ist down das ist down das MG das hab ich ausgelöscht ähm da geht Kartenneuer hoch äh ich geh mal anders lang ne weil wir gehen immer durch die Mitte pass bitte auf stirbt nicht immer gleich ja leichter gesagt als getan ich geh andersrum wenn das ok ist für euch ich versuch die andersrum zu IH eliminieren wie kann man denn eigentlich ähm ein Agent braucht Unterstützung einer ist schon wieder tot lass es bitte jetzt nicht Frank sein ok ist es wieder Frank was machst du denn eigentlich äh gestern hat das gut funktioniert oder wenn das heute so weiter geht dann oh ne ich wollte mich kurz zu dem Auto äh ich wollte mich kurz zu dem Auto äh ich wollte vor allem schicken wir haben es übrigens geschafft alter 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 oh ne alter wenn das die ganze Zeit weiter geht heute hat oh ich bin aus dem Druck irgendwie der dann hab ich so das Gefühl dann repariert das auf das Mütige ok wir müssen weiter hier ist auch hier drin ist das ok oh toll wir müssen hier rein das ist hier drinne aber hier kommt man irgendwie nicht rein das ist hier drinne seht ihr ja die Orangene Dings das Feld da müssen wir rein das ist auch die Hauptmission ja das ist eine Hauptmission auch übrigens wartet mal hier ah alles klar ok nicht hier drinne hä hier hinten rum oh hier sind ganz viele Feinde oh leck mich am Arsch einfach durchrennen Leute oh fuck hier sind viele Feinde oh mein Gott wer ist denn bei mir? ich wir sind ja wir haben hier ganz viele Feinde oh nein was mach ich oh Gott ich brauch Deckung scheiße was machen wir hier? was machen wir hier? äh um weiter zu kommen Feuer erwidern das Feuer erwidern das Feuer erwidern und bitte nicht zu sehr draufknallen die ja die haben also die Typen die hier so frei rumlaufen für die Mission kann ich übrigens nicht das ist keine Mission ne die wir hier haben ne wollte ich was dazu sagen die Hauptmission haben wir gleich da ist ein leichteres Level alles was hier rumläuft ist sehr stark ne ne dass hier jemand meckert jetzt weil ich hab irgendwas falsch eingedrückt ne da kann ich nichts für das ist einfach das liegt einfach an der Mafia wir können doch weggehen von hier wir können doch weggehen von hier ja das kommt später wir können ja weitergehen zur Hauptmission oh Gott mit Doppel X und Rennen kannst du Rollen machen nach vorn äh äh seht ihr das links das Gebäude hier sind alles voller Gegner das linke Gebäude hier müssen wir irgendwann auch noch einnehmen hier wenn wir aber am besten Stufe 30 haben wir müssen dieses Monument mal halten da wo ich gerade in einem Stufe das ausgebe ja und das linke Gebäude hier müssen wir irgendwann auch noch einnehmen da sind nur noch Gegner und das ist sehr harte mal gucken ob wir das hin jetzt schaffen wir ok ich guck mal kurz auf die Map ja wir sind gleich da alles klar gut super sind alle da Frank ist da ja ähm zum American History Museum das Problem ist halt ich verstehe halt nicht wie wir leveln ne weil wir müssen ja halt Nebenaufträge aber auch noch mitmachen naja können wir mal gucken paar Kissen können wir auch noch weil wir leveln ja jetzt nicht so stark kriegen wir hin Stufe 7 hier rein müssen wir ok jetzt müssen wir aber ein bisschen taktisch taktisch widerspielen Gegner sind gleich hier oh ich bin äh aber ich kann mich nicht ducken warum ach Gott ich muss ja vor oh klar ich geh nachher in die rechts oh nice hey wartet mal habt ihr hier habt ihr irgendwas was wir machen können wollt Frank hast du eine Idee oder hast du irgendwas was du machen könntest oder Vorschlag hat der mal Vorschlag genau kann nochmal ein Ding so drauf schicken äh ja die Frage ist halt wie viel oben mein Wort würde da unten auch bereit stehen also ich zähle gerade eine Gasflasche rechts eine Gasflasche links ein Benzinkanister ich weiß nicht Max siehst du den in der Mitte ja ich in rechts 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 ich würde den linken nennen den linken ok Kevin nimmt den linken Max also Frank Frank übernimmt ok eigentlich wollte ich das sagen zerballert mal die Gaskanister aber ihr habt irgendjemand hat schon zu früh agiert leider das war jetzt nicht so clever ok eigentlich wollte ich noch ein bisschen anders agieren egal ok nicht schlimm durfte gleich was ist das Frank seine helle Maschine wieder hier der hat gestern einfach mal drei Leute mit einmal gekippt ne da kommen wieder welche ah ne einer ist noch ne da kommen wieder welche übrigens über diesen äh über diesen Dings habt ihr übrigens äh die Kräfte der Gegner auch springt halt tot äh der will den Alarmknopf drücken töte den der will den Alarmknopf drücken wenn der Alarmknopf drückt dann hat sich das ich bin tot ne noch nicht ok Hammer da dankeschön ja voll nett ok alles klar also ich wird reingehen oh mein Gott äh bitte Deckung gehen warte mal wollen wir warte mal hier links rum geht's auch hier geht's auch links rum ein Lieder ne es sind zu viele Leben nicht einfach noch nicht was hast du gerade gesagt sorry ich hab grad nichts verstanden wenn sie viele nebeneinander sind kann man sich nicht mehr dücken ja eben deswegen soll ich da ein bisschen verteilen ja ich bin freundlich machen ob ihr Funde wird sagen ja ok ok passt auf der eine Typ kommt auf mich zu ich schmeiß der Granate ich schmeiß der Granate ich schmeiß der Granate der eine müsste weg sein da hinten bei euch ein Lieder noch ein Lieder noch lebt ihr noch also alles gut lebt ihr noch voll ist groß Kevin voll auf den Tropf also ihr müsstet eigentlich merken die Gegner sind die die ja alles gut wir haben frei alles gut ist frei die Gegner dürften eigentlich deutlich leichter sein weil Stufe 7 geht eigentlich noch das sind so unsere Dinger aber ich verstehe nicht wie wir auf Stufe 17 kommen sollen das ist mir ehrlich gesagt Sicherheitsterminal können lokalisieren wo ist denn das? da wir haben das Terminal müssen wir das jetzt hacken? jo ich hack den mal gackt jetzt die Zellen öffnen die Zellen sind offen müssen wir jetzt irgendwas machen? Zellen geöffnet ok was jetzt? Hauptempfangsraum erreichen äh 35 Meter jo wir müssen wieder zurück Leute oder könnt ihr von dort auch kommen ah ihr könnt von dort auch lang ok na gut kann einer bitte drücken oh das sind Zellen wir sind in Knast oder sowas kann auch was das sein so egal ne das soll zu müssen Achtung Gegner links links viele Gegner äh ich würde zu der Kiste gehen ein großer Lila ne der macht mir ein bisschen Sorgen ein Lila ich geh nach links ok ich schmeiß ich schmeiß jetzt ne Granate Achtung boah alter die Explosion Junge äh links uh das war der Feuerlöcher ähm der Lila ne lebt noch äh der hat ein Geschütz aufgebaut ne es ist auf jeden Fall deutlich leichter ich schmeiß ne Granate ich schmeiß ne Granate der wird das Geschütz bauen Leute das ach Gott er hat das Geschütz gebaut oh alter man kann das Geschütz der Dicke ist laut ja das ist Geschütz tot Geschütz ist kaputt ich rück vor einer ist schon wieder fast tot wer ist das? Frank wie schaffst du das? wie schaffst du das? standest du die ganze Zeit? ich kann mich abschießen ja aber äh ich krieg nicht so viel Schaden ich glaub da hast du dich zu sehr öffensichtlich gezeigt oh hier ist ja noch einer ich dachte der wär schon tot gewesen boah das war klar den hab ich gar nicht gesehen welchen? den hab ich gerade gemacht den hab ich gerade gemacht auch geil so move kann man kann man die aufmachen? wie sie machen wir mal auf oh hier ist Munitionskiste also äh können wir uns dann gleich mal alle erstmal auffüllen nochmal bevor wir reingeknallen hier in die ähm wie in der Watteschlange ja wie gestern ja aber ich muss erst überlegen ob wir hier richtig sind oh hier ist uns boah ne alles gut ne alles gut ne alles gut alter alter geil schöne Lock ne Lock die Red Dead die Menschen 2 aber was kann man denn hier machen irgendwas muss man hier machen können äh hier ist so ein Stings das kann man anhören das nehm ich mal ah hier muss man weiter Leute hier geht's weiter oh äh 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 das ist ein Liederner ich würd ich würd ich würd sogar ne Granate schmeißen jetzt schmeiß Granate dürft ihr jetzt Boom machen ne was ist das ach ein Frank sein Blind Ding das ist eigentlich gar nicht so schlecht aber wo ist denn mein ah das muss ich vielleicht noch auswählen ne meine zweite Dings ne der liegt ne der Liederne liegt den kann ich von dir nicht treffen äh kann einer von euch noch nach vorne von da hinten da hinter mir sind Frank Max oder so einer von euch kann ein Stück weiter nach vorne rutschen ich geb Feuerdeckung von hinten ich geb Feuerdeckung von hinten der geht nach links wo ist denn denn Frank pass auf der ist jetzt links ne der ist tot der eine links ist der ähm genau ist der Lieder ne ich geh nach ganz links hier ist ein Waggon da kann man hier übrigens durch ich seh den Liedernen ich seh den Liedernen baller ihn zu mit zu mit Schroffel Munition nein ich hab den Formel 1 statt verpasst Frechheit warte mal hier kommen noch mehr hier kommen noch mehr hier kommen noch mehr wo alter was hält denn der Liederne aus alter der ist tot ja da links von mir sind noch Gegner oh nein die überkreisen die übersingen die übersingen mich leider warte 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 oh Gott ich bin gleich fratze alles gut ich muss mich ne ich heil mich jetzt mal nicht sehr gell oh noch ein Liederner noch ein Liederner hinten 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 Leute hinten die kommen von hinten oder kommt die von hinten halt euch mal halt euch mal halt euch mal halt euch mal ja passt bitte passt bitte auf ja da kommt oh Gott da kommt auf uns zu ja da noch 2 HP da heil ich ich hab keine Handgranaten mehr verdammte scheiße das ist geil oh da ist einer mit der Handgranate runter gekommen der ist zwischen den Waggonen siehst du den auch Max also ich aktivier jetzt meine Drohne das kann auch was sein da geht jetzt meine Drohne drauf du Bastard boah Alter wenn alle auf dem ballern ist das aber schnellfallgeschichte ne sehen wir noch mehr das wird äh oh aua 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 ich mach aua gerade ich bin ab und krankgranate fuck man ich bin tot das war zu ach da das war zu ach man das war ein bisschen zu heftig ich wusste nicht dass das hab ich aber nicht gesehen jetzt ey Frank heil dich ne du bist gerade fast tot glaub ich mach ich grad ah fuck also ich bin tot also naja nicht ganz tot ich leb halt theoretisch noch Frank er hinter dir ne warte mal hinter dir war das hinter dir oder vor dir ne vor dir ne vor dir Adi wie bist du so Herr Fraze ja alles gut wir helfen dir gleich einer ist noch tot Frank geh bitte in Deckung irgendwie such dir irgendwie Deckung weil du bist dann gleich Fraze wieder ähm keine gute Idee weil Frank pass auf Frank pass auf ne beide sind gleich tot ne ah der schmeißt jetzt ne Granate ist mir egal ich hab grad Kevin gleich den Arsch gerettet den musst du machen Kevin den kann ich leider nicht mehr treffen ja haben wir wir haben die Mission geschafft seht ihr wie es da wenn wir Leben kriegen oh schön Gott okay dann alles eins an was ihr so findet hier looten am besten Waffen looten und so da kriegt ihr neue Waffen stärkere Waffen oder wie auch immer oh Gott ey Leute äh Gegner Gegner ne Gegner Lina ja die wollen partout nicht dass wir hier rein dürfen Achtung der schmeißt die Granate Achtung der schmeißt die Granate oh Achtung die könne genau bei uns fallen ja ich konnte mich nicht aber ne noch ne noch ne noch ne noch ne noch ne noch Achtung Kevin hat keine Heidung mehr ich hab nur noch zwei also also Kevin mach jetzt nix kann ich dich heilen tatsächlich ne ok der Lina ist bald tot ich geh ein stück vor der Lina braucht nur noch ein HP der ist tot der ist tot da kommt ein grüner ne das ist ein Goldner ein Goldner ein Goldner ein Goldner ein Goldner dreimal so stark wie der andere äh dreimal so stark sechsmal so stark was ist denn hier drinnen was so wichtig ist mal ernst habt ihr noch irgendwas was ihr auf den schicken können das würde jetzt boah ist einer tot für euch das klingt grad zu komisch bei mir im Dings ne ist nur noch der Goldner oder weil alle anderen sind tot der müsste auch gleich Frau zu sein ja aber der ist tot oder Kevin dürfte jetzt wieder Leben bekommen haben es geschafft haben es geschafft oh tschau alter was soll denn hier sein also die Waffe die ich hab die ist nicht so geil ne muss ich ehrlich zugeben ne ich fand die AK die ich davor hatte fand ich geiler hier ist Munition übrigens ne in der Munitionskiste also ich weiß nicht also ich muss auf jeden Fall aufhören ich hab ziemlich viel verloren ich warte aber auf wir warten mal ey das ist voll geil tropenwald hier was ist das was ist das oh hier äh Schlüssel fürs äh Schlüssel fürs Kellerdings ok ich hab irgendeine Schlüssel gefunden Fühlt sich an wie im Zoo Leipzig was ähm 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 Rückzug 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 ok ich bin auf Position ne ich bin bloß zu weit gelaufen ich geh ein Stück vor die wissen dass wir hier sind schießt da ist ein Heli da geht er ins Geschütz um Gottes Willen oben oh tut einer was ich muss weg da Feuerschutz ich muss weg ich hab kein Leben mehr der eine hat einen Mg ne also nicht davon sterben ne passt ein bisschen auf oh der eine hat einen Mg ne also nicht davon sterben ne einer hab ich der Lina ne guckt genau auf mich das gibt's doch nicht dem gonna schneide dem Wallach grad über 100 schuss in seinem Gesche dann dieomn der Lina hat keinen Bock mehr auf mich der ist abgehauen der Lina da der einem Mg jaja ich ballers voll drauf Baller! Baller! Darm ist eine kleine DDR Da müsste gleich in Fratze gehen Es ist arme die Mann da ist Verstärkung drifft einen Verstärkung drifft итай aber nie Verstärkung Von uns? von den? von denen der hat gerade gesagt Verstärung drifft deinen Einer ans Mini Einer ans Mini Die kommen von da auf der anderen Seite Einer an die Mini Gum Einer an die Mini Gum Die kommen übrigens Oh geiler Move Frank Doppelt gelöchert Einer hab ich doppelt gelöchert Einer an die Mini Gum Einer an die Mini Gum Max hast du es über Hitsch noch Ja genau ihr müsst ein bisschen Hi Frank was geht Bist leicht angeverletzt hab ich das Gefühl Aber nur so leicht Ich hab keine Angst gehabt dass ich dich töten kann ne Aber das geht glaube ich ja nicht ne Ich hab's noch nicht getestet Warte mal ich teste das mal Ich hab grad voll auf dich geschossen Du bist nicht gestorben Frank Das ist gut Hört ihr diesen Heli bei uns? Oder ist das irgendwie schallt das dir so komisch Das ist geiler Was? Aber du hörst es doch oder? Max ist dein Tod ne? Max willst du wechseln? Dann tausch mit Frank sonst im Notfall Was ist denn? Doch ihr hört das doch Das ist doch ein Helikopter Ach Leute das kommt aus den Heli ja Das ist bloß so ne Rechts ist noch einer Nicht mehr Boah Leute Am besten eine mal looten gehen Ist da hinten noch was? Da ist noch Leute Da kommt noch Leute Oh Gott Achtung Granate Irgendjemand hat grad Feuer was abbekommen glaube ich Irgendjemand hat grad Feuer was abbekommen glaube ich Wo war der Frank Wo war der Frank? Ach immer noch da vorne ich dachte er ist wieder zurückgekommen Ich hab auf die Röntgen in das Rinken geschossen Ich hab auf die Röntgen in das Rinken geschossen Ja ne Ich geh dorthin Da ist noch einer Ich hab auch da auch noch Schön gehofft Was auf deinem Leben noch Max Frank muss mich heilen Ab ich Alles gut Das tut Ja du wurdest grad selbst geheilt Frank Ok wir müssen weiter gehen Boah leckum Wir müssen durch die nächste Tür Wir müssen durch die nächste Tür Hier Genau hier Oder? Ja hier müssen wir durch Ich mach auf Hab aufgemacht Können wir kurz warten? Ich würd gerne mal kurz Waffen überprüfen Wer das machen möchte macht das jetzt am besten Da können wir das gleich alle machen Ok Also wenn wir jetzt nochmal Waffen ändern wollen Irgendeiner von euch Also ich mach das auf jeden Fall Denn ich hab hier Ach ne Also ich krieg irgendwie keine neuen Waffen an Äh die musst du von den Gegnern die unten auf dem Boden liegen aufsehen Das wird angezeigt Äh grüne Symbole werden angezeigt Dann davon kriegst du die Waffen Ich dachte du wusstest das Weil hier vorne an den Gegner wo wir welche gekillt haben lagen zwei Stück Die hab ich aufgehoben Äh wusste ich jetzt nicht Ich hab keine grüne Punkte ja Ne nicht grüne Punkte also solche Markierungen Okay wenn ich das mein nächstes mal sehe Zeige ich dir okay Zeige ich dir das Normalerweise würde das Also normal kriegst du das So als ich hab zwei Waffen geändert Ich hab keine Schroffle mehr Aber ich hoffe den ist eigentlich gut Noch nicht weiter gehen Ich sammel hier noch ein bisschen Munition Äh ich würd mal noch Der Schroffle war eigentlich immer gut Immer Aber die hat halt übel lange gebraucht Bei mir dauert es einfach ewig zum nachladen Die scheiße Wie gesagt bei Weißner Haus gibt es auch Direkt und da kannst du Waffen rüsten Kann man die da eigentlich auch Kann man da eigentlich auch die ganzen Kack kaufen wird Ich glaub schon Ja wenn ihr dann soweit seid Das war einfach Bescheid dann Ja ich glaube da so seid Okay na dann Also es sind alle anderen auch so weit Okay Gut Äh Hier runter müssen wir nicht Wir müssen hier lang Oder? Aber man könnte hier runter Wartet mal Ich bin mal kurz was Okay Okay wir müssen dort lang Ne müssen wir nicht Wir kommen hier auch lang Ah hier kann man äh Ich häng grad schon an der Seite Oh du Ne 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 einer von uns auf jeden Fall Okay na dann geh ich mal Richtung Vorsteher aber ich mach noch nix Ich warte auf euch mein Vorsteher Zwei können Oh da und das Blut Ja dann zwei abseilen schon mal Das ist immer schon immer gesprungen Da ist immer gesprungen Es ist immer gesprungen Okay Ähm Ja Warte mal ganz kurz Wir können auch nicht Ne nach links ist nur so ein Abhördings Das nehme ich mal noch mit Und dann kann man da gerade ausgehen Das nehme ich auch noch mit Mal gucken was die sagen Das hört ihr ja glaub ich nicht ne Da gehts auch lang Kevin was ist da noch Genau die Hier das meine ich hier Hier genau Ne SMG hier Leute ne Waffe Ne Waffe Ne Waffe Ne Waffe Könnt ihr eine nehmen Hier ist noch ne Kiste Weiß nicht ob ihr die öffnen könnt Ey der Drexack hatten die jetzt geöffnet Ähh Was meinst du noch Warum ist das denn im Kopf alter Was meinst du jetzt Na ja gut die Waffe ist scheiße Die konnte ich nicht loopten Irgendwie die Regeln haben Ja Oh Gott da kommen ganz viele Oh Gott da kommen ganz viele Oh Gott da kommen ganz viele Okay da kam nur einer Was sind da viele Ja ich hab gedacht da kommt die ganze Armee Meistens kommt da eine Oh Gott ähh Hier sind viele Hier sind viele Auf was schießen die Auf was schießen die Auf was schießen die Auf was schießen die Da kommt ein Liederner auf mich zu gerannt Wie so ein Bekloppter Ich weiß nicht ob das normal ist Ich muss ja nachladen Das dauert kurz Das ist tot Gut Danke Tot Ich lade kurz nach Also wir sollten wenn wir ein Laptop haben schnell verschwinden Hat er mir gerade gesagt Ich hab so das Gefühl das geht ja echt in die Ich hab so ein Gefühl das sind da die Achter Ähh kenn mir das nicht sogar Ja schön geh ich noch Ja kennt das noch jemand Ich kenn diesen Ort da sind wir auch mal gestorben Ok dann vielleicht können wir es auch hin Zumindest kann ich mich daran erinnern dass wir hier gestorben sind mehrmals Ähm ich kann euch sagen hier kommt noch einiges Ich geh nach oben Ich geh nach oben Wenn ich es könnte Ich geh nach oben Leiter ich benutze ne Leiter Leiter Bin oben Ich geh die andere Treppe hoch Zwei bleiben unten Oh ok Frank ist oben Aber ich dachte das wär ne Mehrschusswaffe Das ist ne Einzelschusswaffe Was ist das denn Ok da kann ich eigentlich die ändern und die schroffeln da draußen Weil die ist Ähh ein Gold noch Ein Gold noch Ein Gold noch Alter meine Waffe ist so krank ne Oh Ich bin gleich fratze Ich muss euch kurz heilen Leute Macht jetzt nichts was euch Ok Frank ist auch tot Der kommt hoch Der kommt hoch Was kommt denn hoch Der ist oben Ich bin tot Ja kann ich aber nichts machen Frank mach aber nichts Der kommt zu dir Frank Oh geil der hast geblendet Ihr müsst euch jetzt alle auf den Gold noch schießen Alles gut ich lebe noch aber ich bin tot Also naja ich lege auf dem Boden Ähh ihr müsstet Frank unterstützen Ah Ich bin down Frank Frank pass auf Frank pass auf Geh runter Geh runter Geh runter Frank gehoff doch Der hat keine Rüssel mehr Also keine große mehr Also keine große mehr Kann durch die scheiß Kiste schießen Oh diese Schroffeln Seid ihr tot? Frank ist noch tot ne? Ne Frank lass mich den kurz Ich helf dir Das tot Ihr könnt euch helfen Ah Einfangen ist noch am Leben Danke Ich lehm Musste nur den Gold M-SV-Fahrling machen Weil der sonst In deiner Position Uns alle wecker rots hätte Ja wir mussten den Das ging nicht anders Was sind denn der Schlüsse hier Was sind denn der Schlüsse hier zu Ah, ok, kann ich nicht mehr öffnen. Drehst mich doch nicht auf die Felden. Wie? Deswegen nicht, was du nimmst. Äh, ich hab grad gehört, ich muss mal ganz kurz meine Waffe ändern. Ich hörs auch kurz. Weil, ganz ehrlich, das was ich jetzt gerade hatte war nicht so gut. Äh, welches waren die Einzelschuss? Was meintest du mit Einzelschuss? Was, was meintest du jetzt mit Einzelschuss? Also die, die ich gerade hatte oder was? Also die USC hab ich jetzt. Das ist eine Einzelschusswaffe. Äh, ansonsten hab ich sonst keine. Sonst gibt's keine weiteren. Also ich hab die USC jetzt genommen. Die USC hat eine unfassbare Rate. Und die andere, das ist die... Äh, weiß ich jetzt nicht. Oh ja, die hat eine gute Rückstoßkontrolle. Wo? Wo ich bin. Wo du bist. So. Hier drin, ja. Du musst da rein, ne? Ja, hier, ne? Ja, alles klar. Gut zu wissen, danke. Okay, also Wiederbelebung habe ich nur noch einmal. Also selbst teilen. Leider nur noch einmal. Da ist eine Muni-Kisse. Ich hab gar nichts mehr. Du hast gar nichts mehr? Okay, das ist scheiße. Okay. Wollen wir? Also ich würde schon mal interagieren. Bin noch nicht bereit. Ne, ich wollte bloß schon mal interagieren. Lass mal gucken. Oh Gott, die kommen auf uns zu gerannt. Aber die schießen doch auf irgendwas. Der Gold noch, Lieder noch. Der Gold noch, Lieder noch. Alter, was ist denn jetzt mit denen passiert? Alter, was ist denn jetzt mit denen passiert? Der Gold macht den Down irgendwie. Aber was ist denn mit denen? Wer hat denn das jetzt geschossen? Das war echt gut. Oh, ich bin gleich Fratze. Ich bin schon wieder viel zu offensiv. S&S. S&S. Ja, wohl noch in der Nähe ist. Ja, ja, ich bin in der Nähe. Nee, ich mach das schon. Okay, Max. Das ist halt doof, weil du viel mehr Leben hast wie ich. Deswegen wollte ich das machen. Du kannst besser kämpfen wie ich jetzt gerade. Weil ich kann mir nicht mal Deckung suchen. Herr Kämlin, das Problem ist, wir haben hier keine richtige Deckung, ne? Wir können uns nur so blöd hinstellen. Oh, nicht vor mir laufen jetzt. Au, au, au. Boah, ich muss mal kurz, ich muss, ich... Nee, ich scheil mich jetzt nicht, ist mir egal jetzt. Hat jemand noch so Special-Werkzeug? Oh ja, ich. Nee, ich leider nicht. Doch jetzt. Ich geh auf den Lilanen drauf. Der ist... Der ist... Nee, auf den Lilanen. Boah, ich bin gleich Fratze. Ich geh leicht nach vorn. Der Lilanen müsste gleich down sein. Lilanen... Goldner auch down. Boah, Pistole. Oh, da ist noch ein Lilaner. Oh, weg mich am Arsch. Oh, ich hab mich am Arsch. Oh, ich hab mich am Arsch. Okay. Boah, Alter. Es wird Zeit für neue Pistolen. Und dann, ich hab mich am Arsch. Und dann, ich hab mich am Arsch. Jo, ammer. Müssen wir hier hoch? Jo, wir müssen hier hoch. Warte kurz, wir müssen noch auf einen warten. Wir müssen noch auf Kevin warten, glaube ich. Kevin ist noch nicht so weit. Bis gleich da? Ja. Muni? Wer noch mal will. Also ich fülle immer auf, wenn ich sowas sehe. Denn alter, ich weiß nicht, ob welche Gegner wir noch treffen. Mein Inventar ist voll. Vorning, keine Neustartzone. Heißt, wenn wir hier drin sind, sterben, müssen wir wieder von vorne anfangen. Und nochmal so. Ja, die Mission, die wir am Anfang neu gestartet haben, müssen wir auch wieder von neu starten. Oh, da sind ganz viele Gegner draußen. Ich geh raus. Also links ist ein Goldner. Kann jemand scannen? Hat jemand irgendeinen Scanner? Also links ist ein Goldner. Links, ganz links. Der ist markiert. Links ist ein Goldner, oben ist ein Lila. Das sehe ich zumindest. Mehr sehe ich nicht. Yo. Ich sehe auch nicht mehr. Frank, am besten Ball out deine Dings zum Goldnen. Ich weiß nicht, ob das geht. Bei der Lila nicht auszuscheiden, glaube ich, könnte für uns besser sein. Soll ich meine Drohner rein schicken? Dann kriege ich ihn. Sie versuchen durchzubringen. Äh... Die sind alarmiert. Ja, ich habe leider auch vorher schon geschossen. Der Goldner kommt auf uns zu. Der hat ein goldenes Geschütz aufgebaut. Ich habe halt ein Schild, ne? Ich frage mich halt, ob ich... Ja, was ist das? Ah, das blendet wieder. Ich habe dieses geile Schild. Ich muss nachher an. Ich will dieses Geschützdown haben. Geschütz weg! Wo ist denn der Goldner? Lebt er noch? Ja, der lebt noch. Der Lila übrigens auch. Ich habe halt dieses geile Schild hier. Ach, ich bin ein bisschen mehr auf deiner Rechte. Da war gerade ein Gegner bei dir. Das Geile ist das Schild. Was ich habe, ist ganz gut. Ich weiß bis nicht, wie lange das hält. Ich weiß bis nicht, wie lange das hält. Bin bei den Typen mit dem Schild. Äh, mit den goldenen. Halt mit der Pistole komme ich halt nicht weit mit denen. Ah, der Lila ist weg! Der Lila ist weg! Ich gehe halt voll offensiv dahin. Aber ich habe ja auch Schild. Der kann mir nichts. Oh, das ist noch so ein Lila! Und damit habe ich jetzt nicht ganz gerechnet. Oh, kann... Ich lenke die halt ab, ne? Für euch. Dann könnt ihr voll drauf ballern. Lila ist tot, oder? Ich gehe offensiv auf. Was, Kevin ist auch tot? Ne. Der Gelbe ist tot. Okay, sorry. Ey, das Schild ist geil. Das müsst ihr euch auch holen. Das gibt echt massiv Deckung. Aber ihr könnt halt nur noch mit Pistolen schießen. Was müssen denn jetzt machen? Mehr Gegner, mehr Gegner, mehr Gegner. Wir müssen, wir müssen was eliminieren, Leute. Steht bei mir. Captain Briggs eliminieren. Ihr müsst doch eigentlich bei euch eigentlich auch stehen. Wo habt ihr jetzt mehr Gegner gesehen? Oh, oben ist der! Jo, das ist ein Hauptgegner. Die müssen wir killen. Der hat ganz viel Leben. Das ist Captain Briggs. Den müssen wir killen. Ey, ich toppt ja erst da halt. Der ist gleich da unten. Wie kann man denn da hoch? Oh, das ging auch. Ähm. Boah, geile. Hammer. Äh. Da kommen ganz viele Gegner, glaube ich, gerade. Jo, hier kommen Gegner rein. Oh, Goldner! Weg hier! Goldner, bei mir, Goldner bei mir. Der kommt auf mich zu. Ich glaube Frank ist auch noch dort in der Ecke. Alter, was ist das? Was brennt denn da so, Alter? Ist das deine, Frank? Pass auf hinter dir, Frank. Ähm. Ist das ein Goldner? Ne, das ist... Boah, ich kann nicht gerade in letzter Sekunde wegsteppen, Alter. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist der Goldner hin, Frank? Hä? Weiß ich nicht. Äh, oben. Ist ein Liener, ne? Tage. Bitte. Hilfe. Ah. Ne, das muss man wissen. Meine Waffe ging schneller, ne? Als der Gegner auf mein Leben. So schlimm. Bist du wieder am Leben? Ja. Ey, der Goldner ist, äh... Ne, das ist kein Goldner, aber das ist das, Rot. Wo ist denn der Goldner? Hat den jemand schon gekillt? Das klingt so. Da waren wir, Alter. Tschüss. Doch, doch, da war ein Goldner, äh, aber das... Den hab ich wahrscheinlich dann schon erledigt, glaub. Ne. Doch, doch, äh, ich hab's doch gesehen. Ich stand vor denen. Nein. Nein. Da war kein Goldner. Doch, da war vorne ein Goldner. Doch, links. Doch, da war vorne ein Goldner. Aber kloppt mir ja wieder keiner. Du hast den Nihal gekillt. Ne, ich weiß nicht, ob... Der ist, der war auf einmal weg. Oh, doch, der ist hier vorne, der ist hier vorne. Ja, mir kloppt ja keiner. Ja, der war kein Goldner. Ne, doch, wenn ich den doch sicher vorgehen kann, dann ist der auch hier. Ja, ist doch schön. Ich bin dünn. Bin auch tot. Frank ist auch tot, Kevin. Frank ist auch tot, Kevin. Frank hättet ja, ne? Frank hat noch gelesen. Frank hat noch gelesen. Ist ein Tod. Das Problem ist, wenn wir jetzt alle sterben, müssen wir von vorne anfangen, ne? Nur mal so. Falls das niemand wüsste. Jetzt wisst du's. Ja, das ist das also. Ne, ich weiß nicht, von wo wir jetzt anfangen. Es kann natürlich sein, dass es jetzt gespeichert hat, wo wir die Dings getötet haben. Aber, äh, weiß ich jetzt, ne? Äh, ich weiß noch nicht, wie das jetzt passieren konnte, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich hatte, mein Schild war, ist leider kaputt gegangen. Dadurch bin ich leider gestorben. Ich weiß nicht. Frank ist leider durch die Invasion der Menschen gestorben dort. Der Gegner. Ich bin gleich wieder da. Wo ist es bei mir? Es bauen wir weiter weg? Ja. Ja, aber da müssen wir trotzdem wieder anfangen. Ist nicht schlimm. Ja, aber ist nicht. Okay, dann warten wir erst mal. Vielleicht erst mal quenken, dann schießen. Wir sollten vielleicht auf Max warten, ne? Ja, warum? Weil zu dritt ist das ein bisschen doof, ne? Ja. Ich habe neue Rüstung. Das ist gut. Neue Rüstung Stufe 5 ist übrigens sehr gut, denn hätten wir auch Stufe 5. vorhin haben wir den Typen schon geheilt, wer der Verstärkung der Tür sonst durchbringt. Ja. Oben sind rot, lila. Ich weiß nicht, ob wir den Typen schon geheilt haben. Da ist nämlich der Goldene, den ich vorhin gemeint hatte. Und da ist rot. Frank, wollen wir da schon mal anfangen? Ohne Max jetzt schon mal versuchen? Also ich weiß nicht, ob wir es ohne Max mal versuchen wollen. Ich meine, zu dritt geht das ja auch. Und wenn Max wiederkommt, dann Max weiter natürlich. Mich jetzt nicht. Ich frage jetzt aus Prinzip. Der Goldene? Können wir in die Verbotwerfer und anfangen? Ja. Ich schmeiß eine Granate. Ich schmeiß noch eine. Oh, ist das Frank gewesen? Oh, hallo Frank. Der Goldene ist kein Schiff mehr. Oh. Ähm. Lebensfunktionen kritisch. Ja, Lebensfunktionen kritisch. Okay, ich heil mich mal kurz, ja? Frank solltest du auch tun. Ja, nicht dass du jetzt chirpst, ja. Ich weiß nicht, wieviel mal kannst du du noch heilen, Frank? Ja, auf jeden Fall dritten. Das kann nicht wahr sein, Leute. Du müsstest mal den roten da weg machen. Der Goldene ist, der guckt mich nämlich die ganze Zeit an. Kann ich nicht wahr sein. Goldene Kleid tot. Hab ich grad fast gemacht. Der eine beliebte wieder. Das kann doch nicht. Der eine hat den Lina wiederbelebt. Oh. Wieso können die sich wiederbeleben? Die können sich wiederbeleben. Was gibt man in der Deckel? Das ist grad, ich äh. Wo bist du denn? Was? Da ist Leben. Da war Leben. Das musste ich mal will. Ich hab nicht gesehen. Da ist Leben, ey. Du konntest dich wohl nicht mehr heilen, oder was? Das klang nämlich grad so. Ne, ich hatte kein Leben mehr. Da, ne, der Hauptgegner kommt hier. Captain Briggs eliminieren. Captain Briggs eliminieren. Und danach kommen nochmal welche. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Ich erledige dich gleich. Oh, warte mal, ne. Du erledest mich doch. Alter, ich bin, ich bin. Alter, ich hab grad fast, oh Gott. Ich hab grad fast mit dem Leben gehören. Frag. Äh, Leben. Frag. Frag. Also, Entdeckung, Mann. Ne, warst du nicht. Du stand komplett aus dem Dach. Ich kann's nicht nachvollziehen. Ich bin aber gleich tot. Das kann ich euch sagen. Weil hier kommt so viel an. Was sind das jetzt? Kriegen wir das alle grad ab? Ach. Oh Leute, wir werden das nicht schaffen gerade, oder? Ich kann mich leider auch nicht nochmal neu heilen, ne? Ich glaub, das schaffen wir nicht. Ich kann mich leider nicht nochmal heilen. Aber ich glaub, wir sterben leider nochmal. Okay, nicht aufgeben jetzt, ja, ne? Kriegen wir schon... Vielleicht kriegen wir's hin. Es ist ja nur... Es ist ja noch der Lina, ne, ne? Ja, na. Das ist gut. Ach so, ja, genau. Ich... Ach so, ja, genau. Ich... Alumin... Ja. Alumin... 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 Ich habe noch eine Hauptmission, das ist Stufe 5, nur für euch als Information. Ich habe mal was markiert. Geht ihr was Neues? Ah, Stufe 5 Waffen, ah. Ich glaube die Waffen werden tatsächlich noch ein bisschen besser. Aber ich finde die Waffen, also die eine Waffe, die ich jetzt habe, die ist echt stark, also gegen solche Gegner reicht das vollkommen. Das ist die Frage, wollen wir noch was machen? Also, wollen wir noch eine Mission? Ja, ich habe kein Problem, ja, ich habe kein Problem. Nur, 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 nur jetzt hier kurz. Ja, können wir doch noch. Ja, eine können wir auch nicht noch machen. Ich habe eine markiert. Ich habe eine markiert, das ist Stufe 7, das sollten wir ja relativ gut machen. Also, sollten wir es schaffen. Theoretisch gesehen, sollten wir es schaffen. Okay, bin gleich sofort wieder da. Rufe 5, bin ich. Boah, fährt der Maffe, da bin ich schon Stufe 7. Wir werden noch mal ein Monizio, oder? Was kriegst du? Ja, ich brauche schon erfüllen. So, okay. Ja, also, von mir aus, also, ja, was? Ja, habe ich. Ja, ja, ich war schon da. Also, wir müssen jetzt erstmal gucken, ob ich hier, so, ich sollte vielleicht mal den Ton ausmachen, weil ich stream ja gerade. Hey, wir kommen ja nicht raus. Hey, wir kommen ja nicht raus. Okay, wir müssen woanders raus. Gibt es da noch einen anderen Eingang, Ausgang? Da kommst du nicht raus, Frank. Da ist eigentlich die Linie, wo wir rauskommen. Da, wo du ich bin? Kommst du raus, ja. Bei mir kommt ihr raus. Für eins das Gebiet verlassen sollen wir auch, als Missionsdings. Seht ihr die Mission eigentlich? Die, die sind orangischen, den Dings dort? Über euch. Die Linie, die das... Ja, genau. Ja, genau. Wo, wo, wo geht ihr hin? Wo, wo geht ihr hin? Oh, natürlich, er redet genau. Ich folge der Linie. Ja, okay. Ja, ich folge... Ah, nein. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Okay, ich bin schon wieder... Toll, ich habe nicht mal mehr Leben, was ich mir... Ich habe nicht mal mehr Leben, was ich mir... Ich mach den Tiefen wieder fest. Ich mach den Tiefen wieder fest. Ach, Mann, ey. Ja, ich bin gleich Fratze. Ein HP noch. Oh, was hießt hier? Ach, was hießt hier? Oh, Alter. Sehr gut, Frank. Och Gott, ey. Habt ihr eigentlich auch noch Safe Rise? Also, ich kann mich leider nicht mehr wieder überleben. Hier auf dem Weg dorthin... Ich... Kommt noch mehr Gegner. Das wäre mir, glaube ich, noch. Ich habe null. Ich weiß noch nicht, warum ich null habe. Gibt's ja nicht. Oh, oh. Oh. Hm. Danke. Hä? Oh. Sie schießt einfach seitlich auf mich. Granate. Max, pass auf, ne. Da vorne sind noch mehr. Da vorne sind noch mehr. Was hat Kevin geschehen? Granate? Aber die Linie seht ihr, ne? Die Orange, die über euch ist. Ich weiß es halt nicht, ob ihr mir hinterherlaufen müsst, um das zu sehen, weil vorhin hieß es, ne. Beziehungsweise seht ihr irgendwas anderes, was ich nicht verkehrt habe, ich sehe. Was denn, Kevin? Ja, wir folgen deinen Linien. Ja, die Linie hat wahrgenommen, was du geführt. Wir warten mal kurz auf Kevin. Oh, äh, Gegner auf der anderen Straßenseite übrigens, aber, na gut egal, wir, Kevin müsste gleich da sein. Ich bin schon da. Lö, hier ist ein Safehouse. Ja, da können wir jetzt ein Beispiel Waffen kaufen oder aufrüsten. Jo. Oh, die haben uns gesehen, Leute. Linke Seite, linke Seite am Auto. Boah, Alter, wie die ballern, Alter, Junge, die können ja nichts. Ähm, Max, ich gebe dir Deckung, nämlich auf unserer Straße. Es sind nämlich ganz viele Feinde. Oh Gott, okay, ich kann keine Deckung mehr geben. Ich muss mich selbst decken. Oh. Alter, einer müsste gleich zu Fratze sein von euch. Wie ich auch. Max und ich sind bald Fratze. Frank ist auch bald Fratze. Ihr müsst auf die Nachbarstraße achten. Ja, ne, das wissen wir ja schon, dass da welche sind. Das wissen wir ja auch. Auf unserer Straße sind halt auch ganz viele. Mach den mal von der Dingsstraße weg. Ja, Max, alles leider ist noch einer, ne? Ach, Alter, ich mach dir jetzt wieder Pistole, das kann nicht wahr sein. Wir sind noch mehr, denn ich krieg kein volles Leben mehr. Warum hauen die, warum gehen die alle da runter? Jo, jetzt aber. Ja, jetzt. Gut, weiter. Ja, ne, einfach Autorout schließen. Ja, das wäre auch so geil. Ja, spannender. Find the phones. 12 Uhr. Hinter den Containern hier. Ja, das ist ja nicht mehr 12 Uhr. Ne, 12 Uhr halt. Wie bist du hier Gegner? Ja, auf 12 Uhr. Hä, wo bist du denn? Warte mal, wer ist denn da, wer ist denn da weit hinten eigentlich von euch? Wer ist denn bei mir? Kevin? Max? Ah, Frank. Warte mal, Frank ist immer noch da hinten. Wir müssen gleich erstmal auf Frank warten, der ist nämlich immer noch da hinten. Leider Gottes. Okay, Max hat leider viel Schaden bekommen. Wir müssen auf Frank warten, der ist noch weiter hinten. Wir müssen auf Frank. 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 Okay, links sind noch mehr Gegner, aber da gehen wir jetzt nicht rein. Das sind sogar unsere Eignen, Leute, ja. Gegner! Oh, was? Habt ihr ihr Gegner gesehen? Ah! Wollen wir die machen oder was? Digga, wo haben wir hier Gegner gesehen, ne? Wo haben wir hier Gegner gesehen? Ich hab die echt nicht gesehen. Die eine geht hoch. Da ist mal hier. Oh, ich muss nachladen. Fratze? Fratze? Guck hier. Alter, was war das? Machst du das, Frank? Nee. Ja. Alter, was hat denn deine Waffe für eine Dings? Oder wirft die Feuer oder was? Kann die Feuer Munition, oder? Granaten und Karussell. Oh nein. Kennst du dich aus mit? Oh nein, das sind noch welche. Die haben eine Axt. Hallo, die kommen auf dich zu. Die kommen auf irgendeinen zu von euch. Hey, die haben Schilder, was ist mit denen los? Amateure. Ah, hier, Axt. Das ist eine Axt. Ja, meinst du so wie deine Arbeit? Ja, meinst du es so wie deine Arbeit? Ganz kurz, Max hat Internet verloren, Kevin geht einfach runter, weiß er, geht gar nicht, Alter. Ich erinnere noch, Max ist wieder da mit Internet, Max ist doch wieder da. Der ist nicht da gerade. Ist halt schlecht, wenn wir jetzt reingehen, ne? Ja, wir müssen runter. Ja, alles gut. Ey, tschuldigung, Alter. Hey, mal frag dich. Guck mal, der Max ist wieder da. Max? Geh, na dann runter. Ich habe hier eine Übertragung, Agent, ich stelle sie durch. Hey, Sprooks an alle verbündeten Einheiten. Die True Suns haben mich angekesselt, ich brauche Hilfe. Alter, das sieht aus wie ein Massaker. Das hört sich an wie so ein Massaker gerade. Wo müssen wir denn lang? Ja, da. Oh ja, ach du, Katte. Ach du, Katte. Oh, scheiße, Deckung suchen, Deckung suchen. Ich geh ganz nach links. Ich geh ganz nach links. Wirds bald, du lame Sau. Ich hab so Kommentare, Alter. Ich hab grad eine Granate geworfen. Hat man glaub ich auch gehört. Aua, Alter. Aua, Alter. Oh, diese Waffe hat so einen Rückstoß. Das ist so dumm, Alter. Da gehen 90% der Kugel gehen daneben. Aber die Waffe hat eine unfassbare Feuerrate. Was für ein Ding? Was für ein Mähwerk? Frank, über dir ist die Gasleitung. Frank, über dir ist die Gasleitung. Frank, über dir ist die Gasleitung, wenn die gerade explodiert sind. Äh, Kevin ist tot, ja genau. Ich dachte, du hast das als Witz gesagt. Nee. Also mit Scherz. Ich hab gedacht, das war als Scherz gemeint, deswegen hab ich so gelacht. Aber der ist weg, der eine. Okay. Ich mach die da hinten. Ich kümmere mich weiter um Feuerschutz. Oh, ich muss Waffe wechseln. Waffe wechseln. Waffe wechseln. Keine Muni mehr. Waffe wechseln. Wechsel Waffe. Danke. Level loading. Alter, wie ein Call of Duty. Ich lade nach. Ist er tot? Habt ihr ihn? Boah, Alter. Wie weit hast du den zurückgeballert, Alter? Mach's das ernsthaft. Boah. Junge. Der ist weg weggeschmissen worden. Wo muss er denn hin? Ah, da hinten ist irgendwas. Ja, da ist jemand. Agent Brooks beschützen. Ey, Leute, er kommt noch mehr, ne? Wenn er steht, Agent Brooks beschützen, kommt er noch mehr. Oh, ich glaub, der ist tot, oder? Ich bin angeschossen. Er ist angeschossen. Er ist angeschossen. Er ist weg nicht. Er ist weg nicht. Wir sind so ein Technologie bis, Alter. Westlicher Richtung. Westlicher Richtung. Der Typ ist tot. Okay, Agent gehen Sie zur Oberfläche und helfen Sie den Zivilisten. Ja, der ist noch. Einen Agent haben Sie bereits ausgeschaltet. Noch einen kann ich mir nicht leisten. Ehh, vom Agent ist tot, der der liegt. Ehh, Überfall, Theater-Siedlung Unterstützung, Leute. Wir müssen zu einer neuen Mission jetzt. Echt? Dabei müssen wir doch hier rein. Ja? Ja? Theater-Siedlung irgendwie. Theater-Siedlung. Oh nein, kennen wir das noch? Äh, Frank, Max? Äh, oder Frank? Ich weiß nicht. Also, ich kenn dieses Ding ja noch. Oh, ein Gegner! Oh Gott. Äh, der schmeißt eine Granate. Äh, der schmeißt eine Granate. Der hat sich selbst in die Luft gejagt damit. Wir haben Verluste. Ja, das stimmt leider. Okay, ich kann nur noch zweimal heilen. Echt nur. Hä, was ist das denn? Ey, das sieht immer aus wie so ein RBG, Frank, weißt du? Aber das ist eigentlich nur was zum Blenden. Ich stell mir das halt voll lustig vor. Achtung. Da kommt einer von rechts. Da kommt einer von rechts. Okay, das macht Max schon. Oh, Alter, Max wurde grad fast von den Typen weggegeben, Franz. Frank von links. Links unten, ne? Lina. Was denn? Ja, ich muss mal ganz kurz. Frank ganz links, ne? Der hat nicht mehr viel Leben. Gleich kriegst du den. Ich krieg den nicht. Wo ist denn der Lina? Der oben? Ich weiß nicht, der oben, ne? Der oben. Ich lande so gut wie down. Max und ich sind oben. Wir gehen kurz hoch. Aber das klingt so, als wäre alles down. Das klingt so, als wäre alles down. Ach ne, alles kann er. Jetzt müsste, jetzt müsste down sein alles, jo. Das ist doch noch nicht alles down. Ich wechsle Waffe. Oh Gott, da kommt ein Lina von oben. Oh, von ganz oben, von ganz oben. Ähm. Scheiße. Wer ist denn da grad verreckt? Ah, Frank. Frank. Der ist noch ein Lina, ne? Äh. Kann Frank jemanden hochhelfen? Bitte. Ich geb euch Feuerdeckung. Der schmeißt ne Granate, der Typ. Wer hilft denn hoch? Was? Wer hilft denn hoch? Wer denn? Wer hilft denn hoch? Wer denn? Ich seh leider nix. Ja, der Lina. Der ist nach dem anderen, du, okay? Dann ballert ihn weg. Dann ballert ihn weg. Ja. Ich glaub, da oben ist die No Down. Ja, der ist nach dem anderen. Da ist die No Down. Da sind noch welche. Da sind noch welche. Ja, oben. Ja, ich glaub, der Leben ist praktisch. Ich frag, wie vorgehen. Dann pute ich dir das Bödie Wilf. Na, ne Down. Nein, ich glaub nicht. Nein, ich glaub nicht. Du hast die anderen Gegner nicht gesehen. Da ist welche Down. was macht der frank da alter der wollte gerade willst du springen oder was mein gott ist schon so weit im aufstieg also 7 bin ich jetzt und ein gegner ja max ich versuche dir mal ein bisschen feuerschutz zu geben müssten tot sei max hinter dir frank frank ok runterspringen war jetzt die falsche idee nicht nur die frank auch gott kevin wir haben ein problem also gott ich gehe dann so bitte stehen bleiben sonst kann ich dir nicht leider helfen das ist doof sorry bitte schön bitte bitte nicht schlimm hier unten ist einer den müssen wir glaube ich ich habe keine mutter mehr was denn jetzt passiert die vorhörte scannen ich habe ich gescannt organische komponenten lagert man das so die feindliche verstärkung abwehren ähm leute von dort vorne zwölf roh ganz viele jetzt hören wir auf mit einem zwölf uhr sagt einfach meine richtung das ist bei mir vorne ist das niederne oder das ist ein goldner haben wir goldner mit dabei das kann ich ja frank merkst du das ist der adres box der ist gerade explodiert was ist mit denen der lina gerade auf uns die ganze zeit geballert hat der adres box hat da oben ja das sind mehrere übrigens rechts auch noch oh ich bin gleich ich muss ich muss ich tatsächlich leider ein das war eine gute idee jawoll ältschner am boden da ist einer weg einer ist weg vom fenster von uns leider da kommt noch welche da kommt noch rbg goldner in die er mit dem rbc ganz schlecht ganz schlecht ja rbg man geht hoch da geht auch so weiter schießt weg der schießt weg weg frank weg dort ich hab's halt noch gesagt ne frank also ach komm schon ach komm schon das ist mir auch da befinden wir uns gegen sie was sollen wir machen also alter ach Gott du stirbst jetzt der ist tot ja ja hab ich gemacht ja haben wir noch solche aber was sind das da unten fang pass auf unter dir ne unter dir boah ich muss Wartverwechseln friss Kugeln du Arsch ok ich kann nicht dauerfolger geben mit den Waffen das funktioniert nicht wir haben so viel rückstoß da wirft einer eine granate friss die eigene granate frank rechts von dir ne immer auf deine umgebung benachten also wenn wir das Adrenalin nicht aufs Max mal hochsepunzen dann bin ich doch nicht das ist geblendet ja wer denn ach du da oben Lidane ja der ist grad runtergegangen ja Lidane ist tot jetzt ja da kommt noch mehr ne oh das ist ne große mission hier oh leck mich am Arsch Achtung er weg gold gold oh Gott warum sagt mir das keiner das ich hab gesagt weg ach so ich wusste nicht mit wem du redest ich hab's bloß noch fliegen sehen äh Goldner alter boah leute das war zu hart ne ich bin froh dass die mit dem zufällig größten Rad ist boah alter Frank da kommt einer hoch den mach ich konzentrier dich auf die anderen Gegner ich hab den gemacht den einen den hab ich weggewehrt deine aus boah geht boah ich treff den nicht boah da kommt noch nieder ne boah ich muss mal kurz meine ich bin froh dass diese Metallknappenrein zufällig aus dem härtesten Metall der ganzen Galaxie entstehen ja also theoretisch dürfen die das nicht Achtung RPG Frank boah mein Move alter boah mein Move mein Move mein Move Frank die sind total schlecht die treffen alle nicht mit den RPGs der Typ der mit seinen RPG geht mir aperturig auf den Keks Frank da kommt noch einer Achtung RPG oh Fisch Achtung Wow der Penner hat mich fast getötet ääh naja ne nirg 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 wir sind alle noch hier oben weil der blau ist, achso das ist die Drohne das ist, ja, das ist meine Drohne boah alter schön durchspirren alter oh mein Gott, alter das hätten doch, das hätte jetzt eigentlich save 5 das hätte jetzt 5 Level geben müssen eigentlich gibt's hier eigentlich noch was, dass wir mitnehmen können? erstmal alles einsammeln, was hier rumliegt blutet erstmal in Ruhe hier hier dürfte eigentlich einiges an Kram rumliegen was ist denn hier unten eigentlich? na, das will ich doch, wir müssen das machen, wird noch geschossen irgendwo wir müssen dann hier unten raus übrigens, ne? aber egal ja, dass wir nicht mehr rumliegen hier oben noch an sich von daraus, wo wir geschossen haben, müssten da jetzt eigentlich 50.000 Kugeln und wenn nicht noch mehr rumliegen ja, hier müssten eigentlich noch 1000 Waffen eigentlich liegen, die wir alle aufheben könnten hier ist ein Munizier nach, aber ich bin voll ok also wenn ihr, äh, ja ich guck erstmal nach neuen Waffen, also ich werde hier jetzt oh Gott oh Gott ähm hä, was ist das hier? na, halloo drückgeschossen ui, ja ui, 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 das ist doch schön, das ist doch hä, wir müssen doch hier runter ja, wir müssen wieder hier runter ja, wir müssen wieder hier runter ja, wir müssen wieder hier runter habt ihr was neues eigentlich? ja, entspann dich doch jetzt, ne? äh nein, ich wollte bloß mal gucken, wo wir raus müssen ich wollte bloß mal gucken, wo wir raus müssen äh wo seid ihr? ich bin noch hier oben ist noch hier oben wo müssen wir jetzt hin? ähm äh geh runter im Leben lösen wir nicht, aber da runter doch, das zeigt mir aber so an doch, das zeigt mir aber so an also mir wird ne Markierung nach hier draußen gezeigt okay, dann lass mal nach da draußen einfach gehen weil mir wird nach unten angezeigt keine Ahnung, wenn ich da runtergehe, passiert da was keine Ahnung, was das ist keine Ahnung, was das ist wo seid ihr? ach, gut okay, dann hat das bloß runtergepackt wollt ihr kommen? also, äh, ja, wir würden rausgehen, ja was sind denn jetzt mit Visier? hast du jetzt mit Visier? aber das bringt dir... ne, gut, man kann ja leider in diesen Spielen nicht durchgucken, glaub ich äh, doch ich glaub durch Visier, ja okay, also das einzigste, was wir jetzt... wir haben noch nen Haupteinsatz mit Stufe 9 nebeneinsatz mit Stufe 11 hau Haupteinsatz mit Stufe 5 oh, schreit aber nicht so oh, schreit aber nicht so fällt gleich mein Handy um, ey was denn? was hast du denn gefunden? ja, war ein Gegner, macht es nicht ach so, hast du dich erschrocken ne, ich hab nur so getan ähm, also wir haben... also nochmal kurz zurückzukommen äh, wir haben noch nen Haupteinsatz mit Stufe 5 nebeneinsatz mit Stufe 7 und die anderen sind jetzt Stufe 9 hier ist Stufe 9 das geht noch, und das andere ist Stufe 11 das ist nicht empfohlen das ist sogar rot markiert, wenn das nicht empfohlen ist ha, lustig, das wird sogar rot markiert alles was gelb ist, könnten wir schaffen mit unserer Stufe das ist immer Geld markiert lustig, jetzt weiß ich zumindest wie das Ding hier funktioniert jo also ist die Frage ob wir jetzt erstmal aufhören wollen oder ob wir noch ne... was machen? Haupteinsatz machen wollen Stufe 5 das dauert natürlich auch nochmal ein bisschen oder nebeneinsatz mit Stufe 7 im Kellerlabor des FBI Hauptquartiers ja, ist das klar da, ne ich markier das mal, was wir machen könnten noch, aber weil Hauptmission dauert echt jetzt mindestens eine halbe, 45 Minuten mindestens ne Stunde so ne Hauptmission ne Haupt-Nebenmission ist kürzer aber weiß ich nicht, müssen die anderen entscheiden die müssen die anderen und beiden entscheiden ja, kann man was bei erfahren ja, hör mal was mal auf zeugen wir da nicht zum Safehouse? ne, wir spawnen dann dort da können wir dann auch beim nächsten Mal, wenn wir weiter zocken, dann unsere Dings Fertigkeitspunkte machen sind die anderen beiden noch da drin in dem Ding? ja ok Leute, dann werden wir jetzt erstmal wieder pausieren das war's dann erstmal für heute, Freunde wir werden dann... hast du eigentlich dieselbe Waffe, Kevin? ne, wie ist das? tatsächlich, du hast die selbe Waffe nicht was hast du für die zweite Waffe eigentlich? ja... ja, Mensch... was hast du da... das hast du gekauft, ne? ne, das hab ich gefunden hä, wo hast du das gefunden? da hätten wir das ja alle finden können weil das ist nämlich gar nicht so schlecht ich habe sogar eigentlich alle an der Kiste Oh. Ah, okay. Dann hast du in dieser Kiste das gefunden. Ich hab eine andere Waffe gefunden. Hier, ich hab die hier bekommen. Warte, zeig ich dir. Die hab ich in der Hand. Das scheiß Ding hier hab ich bekommen. Mit der hab ich die ganze Zeit die Waffe gut den Schild runtergeballert. Echt? Das ist echt nicht gut. Wobei 239, 825 SPM, das ist eigentlich ein guter Wert. Eigentlich ist das echt ein guter Wert, die Waffe. Aber ich kann mir das halt nicht so gut vorstellen. Okay, dann hören wir uns mal auf. Okay, Freunde. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir machen wir nächstes Mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. So rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.